Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, wir sind hier. Ich habe hier Offscreen ein bisschen umgebaut, wie man sieht. Ich habe jetzt keine neuen Maschinen gebaut, nur ein bisschen umgebaut. Hier habe ich die ganzen Eisenproduktion. Genau, hier habe ich drei Schmelzen. Die gehen dann in diesen Splitter rein. Und gehen dann hier rein. Hier wird dann die Platten hergestellt. Hier drüben werden dann die Rohre hergestellt. Hier ist nochmal ein Splitter rein. Und hier wird es dann nochmal in Schrauben hergestellt. Wird es nochmal aufgeteilt. Und dann habe ich die Lagercontainer hier übereinander gemacht. Muss ich jetzt hier nochmal splitten. Genau. Und hier drüben eigentlich genau das gleiche. Hm. Genau. Hier habe ich nochmal drei Stück. Drei Schmelzen. Die gehen dann auch wieder hin zu den Splitter rein. Und dann habe ich hier zwei Konstruktor. Hier werden zweimal dann die hier hergestellt. Eins ist dann glaube ich zu überfordert gewesen. Und hier geht eins nochmal hier zu den Kabeln. Das wird dann hier auch nochmal übergesplittet. Und hier habe ich das Zement... Beton. Nicht Zement, nicht Zement, Beton. Ganz normal. Genau. Und sonst habe ich eigentlich nichts... Also ich habe jetzt keine neuen Maschinen gebaut. Hier wollte ich noch wegmachen. So, den wollte ich nochmal wegmachen. Was habe ich denn jetzt in dem Moment? Okay, die hier, die Kabel. Ähm... Die muss ich dann bald mal markieren, was was ist. Weil... Ähm, ich bin ziemlich schnell überfordert mit dem ganzen Scheiß hier. Ah, hier kommt der rein. Hier kommen die Rohre rein. Hier kommen die Platten rein. So, dann nehmen wir das auch nochmal mit. Alles mitnehmen. Mitnehmen. So, was haben wir hier? Ja, sieht man, die sind schon relativ voll. Also. Hm. So, dann machen wir das mal. Teile ich das mal ein bisschen. Ähm, ich werde demnächst jetzt... Den... Den... Den bauen da. Den Kohlekraftwerk. Hm, genau. Eisen. 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 Hm, 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 hm. Eisenrohren. 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 Und Platten. Hier oben habe ich auch nochmal ein paar Platten. Und das nehmen wir auch nochmal mit. Und das nehmen wir auch nochmal mit. Ähm... Wille sagen. Wir bauen... Wir bauen... Mh, hm, hm, hm. Lepper. Ähm... Zuholen und anzuliefern. Okay. Hm, hm. Ich möchte jetzt aber den... Den, 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 was er nimmt. Energie. Kohlegenerator. Da brauchen wir jetzt 50. Ich brauche mal ein paar Stück. Bauen wir mal 4. Ah, 6. Also. Also. Ich brauche... 30 Rotor. Ich brauche den hier. Da brauche ich... Bestärkte Eisenblatten und... Eisenstangen. Hm, 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 hm. Mach das mit. Mach das mit. Und nehmt das mit. So. Dann machen wir hier mal... Ich brauche ich dann... Von den... 3... 18 Stück... Oh, ich von den... So. Dann machen wir mal 18 Stück, ne? Würde ich sagen... 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Macht's. So. Mal die hier gleich. Dann brauchen wir Rotor und Kabel. Eigentlich ganz einfach. Dann brauchen wir Rotor. Brauchen wir 30 Stück. 30 Schrohtoren. 30 Schrohtoren. Ah, jetzt habe ich so 31, okay. Egal. Das kommt zurück. Das kommt zurück. Das kommt auch zurück. Das kommt auch zurück. Ähm... Juckt sie an der Nasen? Ich brauche den hier. Zeig. Und unsere Energiegewinnung machen wir hier hin am besten. Ähm... Der hat einen Input. Einen Input hat der. So. 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 Eins. Mal das... Symmetrisch. Oder ich versuche Symmetrisch zu machen. Ähm... Eins. Warte. Zwei. Oh mein Gott. Mit einem großen Gebäude da... ...metisch zu machen. Das ist voll schwer. Drei. 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 Vier. Fünf. Oh Mann, mach doch jetzt. So. Dann haben wir die auch fertig. So. Das heißt. Ähm... Wir brauchen noch mal ein paar versteckte Platten. Und... Ne, wir brauchen gar keine versteckte Platten. Ja. Brauchen wir nicht. Ähm... Ich brauche aber nur... ...den hier auch nicht ganz viel. So. Ganz ganz viel. Ähm... Brauche ich davon noch was. Ähm... Ein Output. Viele Eingänge. Den brauche ich nicht. Ich brauche den anderen. Den hier. Okay. Dann brauche ich hier nochmal ein bisschen mehr. Hier. Und... Den einen muss ich bauen. Den hier. Rohre. Rohre, Rohre, Rohre. Rohre. Element. Ohne noch für den hier. Acht Stück. So. Das reicht. Ähm... Eisenstangenbeton. Dann machen wir hier nochmal... den Eingang hin. Zack. Und hier kommt einer hin. Zack. Und dann kommt hier noch einer hin. Ja... Da kommt der. Da kommt hier hin. Und den, hier. Und den hier. Und der kommt hier hin. den hier mache ich hier den hier mache ich hier den mache ich da hin und den mache ich da hin also da kommt dann die kohle rein und dann produziert er genau der splittet hier einmal auf der splittet dann auch noch mal auf genau jetzt muss ich eigentlich nur noch den einen suchen den 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 erwartet man um überhaupt zu produzieren braucht er auch strom will ich denn erstmal mit dem biomasse reaktor mache ich erstmal mit dem biomasse reaktor ja irgendwas weil ich genau ich wollte noch dem ding abholen die biomasse so kabelchen habe ich auch dabei oder kabelchen habe ich dabei wenn ich sagen besuchen wir mal schnell wo ein irgendwo dahinten dahinten ist köhle ich bekomme kohle aber schon ein stück ok, wie weit ist denn das weg? oh, da hinten ist es oh mein gott, das ist ja mal richtig weit weg shit wo ist denn die Kohle? oh oh, oh oh, ja ist gut, ist gut boxt mich doch nicht man mein gott, ich bin fast tot ah, dieser scheiß Spiecher man wo ist das andere? da warme Kohle da ja toll, wie komme ich da jetzt rüber? kann ich irgendwie eine Brücke bauen? hm, warte mal ja, kann ich da muss ich von hier irgendwas war hier ach, der hier ja, komm her ah, da ist noch so eins unglaublich man mach doch ab von dieser Kohle das ist meine Kohle jetzt meine Kohle ähm etwas essen dann muss ich hier den den, 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 den den hier aufbauen dann dann baue ich hier den, 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 den den, den hier auf den mit dem vermitten und und das muss dann rüber gezogen werden irgendwie ich ziehe jetzt erstmal irgendwie hier rüber den könnte ich dann schon mal Energie versorgen mhm damit er schon mal anläuft er schiebt dann die Kohle hier raus ja Gott er schiebt die Kohle hier raus und dann muss ich hier zurück irgendwie 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 und da bis hierher oder ist hier der Stein im Weg oder ist hier der Stein im Weg jetzt sehen wir jetzt gleich wenn die Kohle da ist na komm Kohle na komm du schaffst das ich glaube an dich ich glaube an dich ich glaube der ist im Weg das sehen wir jetzt gleich ob das blockiert oder nicht scheine dass ich nicht die Felsen irgendwie abbauen kann das wäre jetzt auch geil gewesen schauen wir mal komm da da durch komm da durch gut gut dann muss ich von hier nach hier rüber von da hier hoch von hier nach dort hinter wir hier nach hier und da hier runter und hier nach hier und hier nach hier und hier rein so habe ich genug kabel kabel habe ich noch genug so den kann ich auch noch bauen dann mache ich hier eins zwei drei zack 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 aber dann ist ja noch nicht alles es will ich dort hinten auch noch einen hinbauen beziehungsweise ich will den strom hier rüber schieben irgendwie mal schauen ob ich das hinkriege zack 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 ich weiß jetzt nicht ob er verluste hat wenn ich den sie mir da soll ich hier hin zack wo ist dann da naja war das zu lang muss ich hier in der mitte nochmal hinschauen zack zack damit er immer fleißig produziert zack 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 so und dann kommt die unten rein zack 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 Kabel hinten. Da komm ich gar nicht dran. Jetzt komm ich dran. So. Ich verbinde den mit dem. Dem mit dem. Dem mit dem. Das ist er. Ah. Nein. Stopp. So. Jetzt müsste er weiter produzieren. Eigentlich. Ja. Grün heißt er produziert. Er produziert ja mal richtig schnell. Boah. Ja. Also er produziert auf jeden Fall. Das ist doch schon mal gut. So. Die Folge ist heute ein bisschen länger gegangen. Weil ich euch ja die ganze Geschichte erzählt hab. Was passiert ist. Was sich verändert hat. Und was ich ja jetzt gebaut hab. Ja. Genau. Laufen halt zurück. Zu unserer Fabrik. Die müsste er jetzt auch Kohle produzieren. Bald. Also jetzt hab ich ne unendliche Energie. Wenn ich das so sehen möchte. Weil der produziert ja jetzt hier schon. Oder? Nein. Noch nicht. Ist ja immer noch nicht da. Oh mein Gott. So. Gut. Das heißt es blättet alles auf. Wie lange hält denn so ein Kohlestück. Wenn ich dann das jetzt da reingeht. Dann hält das. Okay. Ja. Das sollte passen. Sollte passen. Passt auf jeden Fall. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.